Willkommen zu Dredge the Diver Live of Dutch und ich denke ich nehme es diesmal auch für YouTube auf. Hallo YouTube, ihr habt den Rest von Dave the Diver jetzt gleich nicht gesehen, aber diese Fingeraufzeichnung dann werde ich trotzdem auf YouTube hochladen aus welchem Punkt auch immer, ich denke ich einfach um diesmal zu zeigen, dann ist es sehr gut. Ich weiß mal wieder nicht ob hier irgendwas geht heute, ich habe es mir gedownloadet. Ich hoffe wenn wir jetzt auf fortfahren klicken, starten wir erstmal den Epilog, wo wir das jetzt mal aufgehört haben. Aber ich habe gelesen, dass wir erstmal Nacht machen müssen, wie ein Dredge ja so der Fall ist. Da tauchen wir jetzt erstmal nochmal, könnt ihr auf YouTube auch nochmal sehen, wie das Spiel funktioniert. Machen wir noch einen kleinen Tauchgang. Und ein Mini-Let's Play für YouTube. Hallo YouTube. Das riesige Dauerloch. Ich weiß noch ein paar Zeitquests, die wir noch nicht ganz gemacht haben. Jetzt ist es wahrscheinlich auch nicht mehr in der Abwehr. Die Sekund Klitsche Passagen, ja. Vielleicht können wir hier noch einen Eifisch herausfordern. Um das zu demonstrieren. Oh, nicht verkehrt hier die Eifisch. Ah, hier ist noch ein Eifisch. Ja, natürlich muss ich jetzt nochmal, das muss ich jetzt nochmal richtig verscheißen. Ja, hier fuhren drei. So drei werden auf einmal angegriffen werden. So muss das. Ja, so muss das. Ich nehme ein Steam, ich hoffe, ich bin nochmal. Und ich habe die Folge. Es sind aber auch doch gar nicht. Es ist ja der Hai. Dann die... ...die drei Viergebrot. Und eben besonders speziell ein Kassier-Hai. Das sieht die ganze Zeit... Das Spiel sieht die ganze Zeit so groß an aus. So die ganze Zeit so abtauchende Meer, aber... Dann hast du hier auf einmal... ...Haie, die dich verfolgen und töten wollen. Auch solche Fische, so eine harmlose Game-Fische, die dich auf einmal... ...heben, wenn du da bist. Also einfach so in den ersten Minuten des Spiels ist das auch noch... ...das ist auch noch relativ schlicht, aber... ...das ist dann irgendwann mal diese... ...und dann irgendwann mal diese... ...Ach, du kaltest hier mit der Drohne. ...und dann... ...hoch holen... ...weil ich immer noch welche von den Blauen... ...und das nicht erledigen... ...da drinnen gibt es noch ein Special... ...und dann noch ein bisschen Wasser holen... ...ähh... ...Wasser holen... ...Sauerstoff... ...einfach mal geht... ...und dann kann man so nicht auftanken... ...irgendwo Luft... ...Scharfschützengewehr... ...und das brauchen wir gleich auch... ...ich wird noch zu können... ...ich wohl war gar nicht sicher... ...das wird doch nichts... ...das wird doch nichts... ...das wird doch nichts... ...das wird doch nix... ...das wird doch nichts... ... ...es dressschlimm... Ah hier, Sauerstoff, ich sterbe jetzt direkt vom Sauerstoff. Oder auch nicht. Das war knapp. Voll Action nochmal. Ach, die Blauen das noch oben. Und fliegen. Und holen uns den hier unten. Großen, nein. Hoffentlich. Noch ein Fisch auf dem Weg, zerstört mich. Wir können das nochmal sehen. Action-Schweckchen. Ich muss natürlich auch zielen. Das tut ihm auch nichts, wenn es 43er Schaden ist. Ach, hier wäre nur Sauerstoff. Jetzt haben wir eine neue Kanone. Einführung. Verbesserter Rubenspitze. Das ist ein halber Shooter hier. So eine Fische. Man schießen muss. Da haben wir den Giganten. Und das ist ein Hof holen. Das ist doch mal eine Ausbeutung. Boxhandschuhe. By the way, die besten. Die besten Waffen, die man haben kann. Die besten Waffen, die man haben kann. Ich zeige es euch gleich mal. Ich zeige es euch gleich mal. Wir hatten doch noch einen, der angraved. Die Boxen war ein Fisch zu tun. Ja. Effektiver als die Schusswaffe. Da muss man natürlich... ... im Nachkampf gehen. ... ... ... Ich finde, die Wohnen los kannst. Ah, der Sniperge wäre jetzt gut, dann wollen wir verfehlen. Oh, wir hätten ja was, dann kann ich auch hier mitzunehmen, dann kann ich auch hier mitzunehmen, dann kann ich vielleicht ein bisschen riskieren. Ah, einer ist tot. Au. Das sollte man dann zum auftauchen, wenn ich das verlieben will. Das wird schon knapp. So nehme ich. Oh, ein Zwergseifertchen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Passiert irgendwas? Eigentlich müsste jetzt was passieren. In der Nacht. Wir können jetzt auch noch mal nachts tauchen gehen, aber... Wenn natürlich mal der Superman 10 nicht funktionieren würde. Den tue ich nochmal bei Nacht unter. Das ist alles ein bisschen anders. Schwerkraftwerfer. Dann kochen wir auch gleich. Jetzt haben wir alles atomiert. Auch den kleinen Fujis hier. Nachts sind wir einfach. Wow. Das kann diese Ding. Oh, no. Als ob der Demos ausgewichen ist. Da ist der Schwerkampf ausgewichen. Irgendwas ist in dieser Reihe. Unfair. Ungefair. Ungefair. Da ist der Schwerkampf. Es geht hier nochmal zurück. Das war's. Die haben Fischis. Komm, die kleinen. Oh, die. Pass auf, da oben. Da gibt's die Fruchtkappse. Ich hab das, die ist hier eigentlich installiert. Also, du musst da... Ich warte mal ein bisschen. Bisschen merkwürdig. Dive. 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 Mhm. Kein Wetterbericht. Sonnig. Tja. Es ist ein bisschen scheiße, dass das nicht funktioniert. So lange nicht mehr. So lange nicht mehr. Foggy Forecast. Das passiert schon irgendwann, oder wie? Soll ich das jetzt gerade so losnehmen? Denkt euch wahrscheinlich gerade alles so... Ah mein Gott, warum? Ich kann mir das nicht wissen. Ja, mach mal Sushi hier. Mit einem leeren... Knoppels. Oha. Machen wir mal die Karte vor. Machen wir mal die Karte vor. Mal 15 vor mir. Manche Munis bestehen auch aus mehreren Sachen. Wir müssen also warten bis der Retter bricht. Hoffentlich. Nebeligen Tag. Nebeligen Tag, ganz oft. Das können wir erstmal noch bedienen. Jetzt geht man halt die Tage durch. Das kann ich. Das kann ich nicht sagen. Das kann ich nicht sagen. Wir sind jetzt übrigens schon. Ich habe mich dazu entschieden, das Twitch-Exklusiv zu machen. Nehmen wir noch ein Gold. Ich hätte hier auch mal ein Garten bekommen müssen. Das zweite Restaurant läuft mir nicht ganz gut. Zweig Zwölfter. D63, so wie ihr seht. Alles sonnig. Es gibt mir zu denken. Wir können einen Zeitsprung machen. Mal schauen wie lange. Wir machen ja immer Feiertag jeden Tag. Versuch es zum Mist. Ist das Spiel beschwert, dass man... Produz der Magnet. Wir machen. Wir machen. Da waren Verluste Ich würde dir auch mal zeigen Ah, stürmisch Da muss so knebel stehen, nicht stürmisch Ich versuche es noch einmal Nein, wir machen hier nichts kaputt Ich spiele es sowieso durch Jetzt spiele ich einmal den Switch Ich gehe nicht nur schmacht dicht daneben und da wollen wir hin ok jetzt haben wir das ist doch ein kompletter ruin nehmen wir für spart es gibt noch weit irgendwo das eine party können wir noch mal machen und den nächsten Tag skippen Ich will ja hier keinen keinen Helms bringen noch davon zeigen Diese Party Ich hoffe wir haben genug Ich krieg den Fisch Die Quallen Wenn nicht dann Fisch So mal gucken Quallen Normalerweise hätte man ein bisschen fangen müssen Ah hier Würfelcreme Die haben wir noch ein bisschen aus dem Aufleiger Spiegel Ein bisschen Quallenfestival Und großen Quallenfreunde Die haben wir noch ein bisschen Nächstes Mal auch ein bisschen Lernen Inzwischen machen sogar die hier Inzwischen machen sogar die hier Die Mitarbeiter, die das Buzzer B Das Buzzer Buzzer Das Buzzer Buzzer Ein Großteil des Spiels selbst noch nicht Das Buzzer Buzzer Das Buzzer Buzzer Ich muss hier noch sauber machen Mit extra Geld Das Buzzer Das Buzzer Buzzer Das Buzzer Buzzer Das Buzzer Das Buzzer Das Buzzer Das Buzzer Das Buzzer Jetzt kommt die Olle wieder her Von Ahabs Ahabs alter Hilfe Schwester Wettere stürmische Nachtkleid Finde das Versteck von Klaus Dem Weißen Hai Damit ich es für immer Beenden kann Die hat mal irgendwann eine Quest gegeben Das war nachts Nachts und stürmt Mal runter gehen sollen Weißen Heisen So Ahabs Schwester Oder Hilfe Jetzt lassen wir mal wieder Abversprechen Naja ich weiß Ja Auftrag gescheiter Zeit vor Ja 6.12. Nikolaus Heute ist der Nebel aber wirklich dicht Ich hätte nie gedacht Dass es im blauen Loch einmal Nebel gehen würde Es ist etwas unheimlich Hm Hier ist der Nachstrengung Sollte ich sie mal rein sehen Eine Garnelen Party Sagen wir dann los Wir müssen natürlich warten Bis es Abend ist Der richtige Spaßpunkt ist abends Mal gucken mal ob hier Oder was irgendwas neben dir stattfindet Und Sieht eigentlich nicht so gerne aus Das ist der Nostopf wieder schon Super Achievement König Schafskumpf Schafskumpf Besser mit der Polenschütze Was man hier für Sachen findet, weiß man auch nicht Was man auch in den Kisten zufällig verteilt Wie Charmer Versuchen wir erst nachher suchen und herausfordern Jetzt zeig ich euch vielleicht mal wie es aussieht Wenn man wieder was zerstört Jetzt haben wir zwei Gegner Einmal Es gibt auch richtige Brustkämpfer Einmal einiger Frustrierender gehabt Ein bisschen ausmäßiger Das Fels Jetzt 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 Ohh Schnee Ich Jetzt 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 normally Ich Diese Vielleicht taue ich nochmal runter zum T-Funk. Das war das B und D. Abonniere. Die große Barakuda. Schiffswand da unten, da war durch die erste Postfeld. Ganz drüge Abschnitt. Demstreich ist schon wenig. So ein Schwerteil. Nö, ich hau ihn ab. Das ist ein Abonniere. Jetzt wird sie rügel. Die tiefe Beton. Das ist ein Schuss. Wenn wir die V-Dicht haben, dann eher. Ganz einfach mit. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Ich habe das hier. Der Sevolk ist eigentlich im Ort zu... Au... Die Saugeheim... Die Energie ist hier der... Game Over! Na gut, kommen wir nicht zum Sevolk. Was passiert? Jetzt können wir uns eine Sache auswählen... Nehmen... Nehmen das hier... Ich stehe ganz außer Atem... Gehen wir am Nachmittag nochmal zum Sevolk... Jetzt gebe ich das nochmal... Durch den Spiegel... Den Dorf des Sevolks... Haben auch schon angebaut... Da muss man sich am Anfang erstmal mit den... Wilden befreuen... Vorher... Und die Vertrauen und so... Ich das... Eine Statue von... In mir im Seferdorf zu sehen... Fühlt sich ganz schön an... Ganz schön an... Um ehrlich zu sein... Ganz schön schön... Ja, wir haben das Sevolk gerettet... Ganz etwas mit dem... Gletscherbereich... Von der Hinze befreien mussten... Von der Hinze befreien mussten... Können wir mal ein bisschen ernten... Sehen wir mal... Das Feld da weiter... Können wir noch nicht... So... Jetzt auch ein paar Quests hier... Festboots... Die Bewohner... Machen auch ab und mal was... Bis dann diese... Unterwasserwährung... Hier geht's hoch... So kann ich's mal lassen... So kann ich's mal lassen... So kann ich's mal hören... Ja, das... 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 Das Sehvolk... Gar nicht inspiriert... An irgendwie... An irgendwelchen... Klischees... An irgendwelchen... An irgendwelchen... Das... Man müsste jetzt alles... Zubi sein... Was eigentlich richtig... wenn... ED... Was... WELTEN... Wie... WELTEN... WELTEN... Also... Die Zeit... WELTEN... Was... WELTEN... Schauen wir das doch mal. Ah! Wir werden nur gefuttert. Führen wir mal die Pralle. Ne, noch etwas Spannendes. Ein Rätselchen. Es scheint, als wäre der Durchgang zusammengebrochen. Als der riesen Gardon erwacht ist. Ich bin so weit gekommen, jetzt darf ich sie nicht mehr verlieren. Ich muss dranbleiben. Das Spiel ist durchaus sehr spannend. Wir freuen uns einfach. Wir haben hier keine Zeit. Irgendwie dran. Hier waren wir doch schon mal. Wir haben eine Haupthistorie. Oha. Damit. Und runter hier. Verloren haben wir sie noch nicht. Ein paar Hindernisse hier. Oh nein. Oh nein. Na komm. Wieder zurück. Ich warte vor. Ich weiß auch noch was. Ich kann das verschwunden. Dann sehe ich mich nicht in die Gegend um. In der sie verschwunden ist. Machen wir das doch platt. Fragezeichen. Ich habe gerade etwas hinter dem Eis gehört. Ich glaube, dass Herr Gio versteckt sich hinter diesem Eis. Ach ja. Richtig. Ich habe den Eisbicke dabei. Den Zucki. Bleib wo du bist. Ich habe den Eisbicke dabei. Oh je. Verwenden wir den Eisbicke, um das Eis an der Schwachstelle zu schlagen. Und um die richtigen Stellen bevor der Eisbicke dabei geht. Das kann ja schief gehen. Ich habe den Eisbicke dabei. Sie sehen schon ein bisschen, ob du raus bist. Ich habe den Eisbicke dabei. ich bin am meisten. Ich bin jetzt am meisten. Oh, wir haben. Na toll. Ich bin jetzt am meisten. Oh, wir haben. Na toll. Oh, ja. Ah, jetzt verstehe ich das Spiel. Na. Ist ja auch fies. Eins. Dann war der Ort. Ja. Super, ich habe die erste Gute. Jetzt sollte ich zum Andocken das Futter benutzen. Das Lähmchen mir gegeben wird. Noch in dem Spiel, aber je. So, hier. Jetzt müssen wir es vertreffen. Achso. Äh, ich muss da runtergebracht werden. Na komm. Du, das war nicht wirklich was. Ach, ich gehe. Ach, ich gehe. Mach. Mach. Nein, nein. Was ist denn hier? Was ist denn hier? Das hat euch schon wieder irgendwas... wieder nix. Ja... Oh Mann... Du musst doch mal, dass die letzten Stückchen hier unten sind. Dann komm raus. 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 Dave, ich hole dir mal wieder was. Nein, überhaupt nicht. Ich hoffe, Sergio macht nicht noch mehr Ärger. Dann komm raus. Dann komm raus. Ich hab eine kleine Belohnung für dich. Ich mache mich dann auf den Weg. Pass auf dich, auf dich. Wir müssen irgendwie zurück zum Dorf und die Pest abheben. Ach, ich brauche nichts. Das dauert euch gar nicht so lange. Ah, doch die ganze Weg geht zurück. Na toll. Komm jetzt ja raus. So. Soll ich da nicht zurückkommen? Soll ich da rausgehen oder was? Das ist ein bisschen peinlich glaube ich. Oder hier oben. Also Weg. Soll ich auf das Seafirks zurück. Soll ich auf das Seafirks zurück. auf in die Spiegel Salo. Das ist der Schmied. War sogar nominiert in irgendeiner Kategorie bei Game of the War, Game of the Year Awards. Schade, dass es nicht gewonnen hat. Dank, dass du Sergio gerettet hast. Es scheint, als würde er gerne auf Wanderschaft gehen, wenn jemand im Auge hat. Tja, das ist ein kleines Geschenk für dich. Auf unserem Freundschafts-Deaf. 55 bei. Dann würden wir mal wieder auftragen. Guck mal, warum man das ganze Spiel nicht möchte hochzulaben. Habe ich euch hier schon ein bisschen wussten. Ich habe keinen Eindruck vom Spiel gegeben. Oh, ich sehe schon. Oh, hat die Musik. Nebel ist noch röter jetzt, da es Abend ist. Hm, wie unheimlich. Huch, da nähert sich uns ein Licht. Heute ist Danny wirklich dicht. Oh, wer bist du? Ich bin eine Reisende und eine Händlerin. Und es ist eine. Auf die Garde nach Annamalien bin ich hier gelandet. Annamalien? Du weißt nichts davon, oder Annamalien bezieht sich auf die Meereskreaturen, die seltsame Mutationen aufzeigen oder sich auf bizarre Weise verändert haben. Sie erscheinen an bestimmten Standorten, an Tagen, in denen der rote Nebel aufzieht. Es gibt Kreaturen, genannt Gestalten mit Kapuzen, die sich von diesen Annamalien ernähren. Wenn du ihnen Annamalien bringst, werden sie dich reich bedrohen. Ich habe keinen blassen Schimmer, wovon du sprichst. Die Gestalten mit Kapuzen werden am Abend mit Sicherheit ein Nagelienes-Restauron noch im Grunde besuchen. Oha. Und wo wir schon dabei sind, du scheinst ein Fischer zu sein, möchtest du mir helfen, ein paar Annamalien zu ihr anzufangen? Was? Ich kann in diesem Nebel nicht hinausfahren. Jetzt mach dir keine Sorgen, ich entleihe dir ein besonderes Licht, das dir bei der Fahrt durch den Nebel läuft. Es wird Himmelsfeuer genannt. Damit kannst du durch den roten Nebel navigieren. Du wirst jedoch nicht sehr weit sehen. Aha, Annamalien klingt nach schwarz. Fürs Erste könnten wir dein Licht nutzen. So wie es aussieht, können wir nicht Banjo-Sushi erreichen. Also gut, jetzt sollten wir in diesen Gewässer navigieren. So nebenbei, was die Anomalien angeht. Die Gestalten mit Kapuzen essen, die aber gewöhnliche Gäste werden es auf keinen Fall tun. Was sollen wir mit den Fischresten machen? Aha, ich komme vorbei und kaufe die Reste, wenn der Laden zu ist. Schließlich verderben sie schon am nächsten Tag, wenn man sie wie jeden anderen Fisch aufbaut. Na, wenn das der D ist, wie sollen wir es versuchen, Dave? Annamalien, was sollte für ein Taucher wie dich ziemlich interessant sein? Ich will sie sehen, aber ich glaube nicht, dass sie einfach zu fangen sein werden. Aha, aber du kannst doch ein, du hast doch eine mächtige Hapuna. Lass uns zuerst einmal losfahren. Du erkunden, um den Siege zu beginnen. Gut, aber das habt ihr euch wahrscheinlich schon gedacht. Ich mache eine kurze Teampause an dieser Stelle. Und dann geht es weiter. Guter Gefänger. Bleibt es dran. Wird gleich spannend nach der Pause. Jetzt fangen wir erst so richtig an. Mit dem Deutsch-Detailer DSC. Bis gleich. Kacken, dreiste Pause. So, na dann. Weiter geht's. Erkunden wir. Das ist dieses hier. Oha. Hm, dein Nebel ist dicht. Dave, Tage wie diese können gefährlich sein. Ich empfehle dir, deine Kenntnis über die Boots-Steuerung aufzuschneiden. Wird mir gerade ernsthaft erklärt, wie ich ASD steuere. Und wie er ist die Steuere noch? Ah, ist das hier. Hey, du f***ing süß? Es gibt aber etwas, das ich vergessen habe, zu erleben. Wenn es einen kleinen Wirbel gibt, gibt es sicher auch Anomalien. Ein kleiner Wirbel. Und es werden auch Stellen, die mit Blasen schön zu sehen sein. Es wird nicht einfach sein, in diesen Bereichen zu tauchen, aber es gibt Wertsachen, die man quetschen kann. Vielleicht findest du seltener Materialien oder Objekte, die einen guten Preishandeln halten, haltet die Augen offen. Wertsachen? Na, das ist etwas, das wir nicht verpassen dürfen. Wir sprechen uns später. Bis dann im Restaurant. Brrrst. Over and out. Brrrst. An lebligen Abenden kann man Anomalien fangen. Bewege dein Boot, um einen Tauchplatz zu finden. Der Stromloot ist mir zu muselig, jedes Mal hier hin. Dave schaut uns drüben, das müssen die Blasen sein, die Hemmlerin erwähnt hat. Wow, es sieht wirklich so aus, als ob da was ist. Schauen wir mal, es sollte auf diesem Boot eine Dredge Ausrüstung geben. Lass uns zuerst einmal zu den Blasen losfahren. Die Dredge starben. Du kannst Wertsachen aus dem Meer dredgen. Du geklärt hast, um Klüfte zu vermeiden und Objekte zu bergen. Oh, scheiße. Ähm. Lass uns. Verstehe ich. Ich beherrsche es nicht. Ich beherrsche es nicht. Wie soll man so leicht auf dem. Vielleicht ist das hier noch relativ einfach. Ein Diamanttank. Ah! Ein Stiefel. Schicker Stiefel, eine Kette, hoffentlich eine Goldkette. Alte Eisenkette, fangen Platz an Schöpfen zu. Hier, das sieht nach einem kleinen Wirbel aus, den die Händlern erwähnt. Scheint so, weil hinein zu gehen da ist. Vom Nahen sieht es noch gefährlicher aus. Wir können nicht den ganzen Weg hierher gekommen sein und dann mit leeren Händen wieder gehen. Mit deinen Fähigkeiten würdest du einem keine Probleme geben. Und jetzt, dass wir uns ein Karnemalien fangen. Na dann rein dort. Jetzt wird abgetaucht. Jetzt fangen wir uns die Monster aufs Grätsch. Vielleicht, ich weiß nicht. Ah, oder die Fische, die es hier gibt. Das sieht mir besonders deutschlich aus. Ich nirsche aber auch schon. Das ist so gut, wenn wir uns alle hier kommen. Und das ist ja schon der Schöpfe. Das ist ja auch schon der Schöpfe. Das ist ja auch schon der Schöpfe. Jetzt kommt in der Schöpfe. Wo ist sie? Strich Kaponier den Zykoder Ich gehe ganz Sehr schön Wir warten doch nicht immer so Das sind die noch keine Das ist ja schon ein Wetter auf Rackbausch Oha Eine komische Waffe Schaut es auch, als ob sie Seelen aufsaugen könnte Mit 50 Schuss Wow Ich gebe gerade ein bisschen Bedienchen mit meinem Laptop Ok, Kontroll bitte schon Probieren wir mal die neue Waffe aus Oha Deswegen hat das 40 Gift Gift Ist mir fast lieber, als diese Waffe So Ohja Der Wäse hier explodiert Der Ständpaket ein bisschen Der Ständpaket ein bisschen Sieht wohl Wir müssen noch diese Anomalien finden Das bringt ja nicht besonders viel Das bringt ja nicht besonders viel Das bringt schon was Das ist doch ein Fragbausch Kosche Nähe Wart S�� Und jetzt kommt noch ein Ring. Ich denke, ich bin ein Ring. Sehr knapp. Hey warum waren das jetzt nicht? Das geht so. Bist du verjahrts? Könnten wir auch tun, Herr Blümmer? Ach, den blieb schon mal. Den haben wir schon gefangen, aber... Den haben wir ja gefangen. Wie reicht da einer? Au, verdammt. Wir sind von der einen Seite angegriffen. Luft. Luft. Und wie viel hält der aus? Schaden für beide. Sehr schön. Tun wir raus, nein. Witzigbare Fische sind von uns nicht sicher. Hör ich in der Störung. Der hat ganz schön gestört. Ah, die Seelenkanone wieder. Dann nehmen wir mal die Abwechslung. Und die ist ineffektiv für das Zug. Das ist auch jemand von einzeln. Das sieht eben aus. Das aber ein bisschen ineffektiv ist, weil... Du brauchst eine Ladung für den Tisch. Das kann ich noch nicht machen. Knirschlamsch. Ich hätte gehofft, hier noch ein Ei zu kriegen. Oder etwas näher zu kommen. Den haben wir noch nicht. Fast. 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 Wappeliger Steinfers. Nein, komm, dann wäre er noch gut. Uns lecker los. Dies ist doch interessant. das überleben und die waffen bestimmt nicht luft nicht da drüben die luft oh Gott oh nein oh Gott nein diese ladung total gefehlt das hätte nicht passieren sollen neben dem löschen das stört er war so schwer zu fangen ich habe nur die kümmerung noch eingeschaltet es war dich daneben da war es gut dass du es zugeschaut hast ach hatte die händlerin erwähnt dass sie gestalten mit kapuzen und so zusammen kommen gehen wir zu Wancho Sushi und ich habe nur einen Fisch na super wird spaßig gestellten Kapuzen werden oft Anomalien bestellen bis du für den Tag dicht machst dachte dass normale Giste keiner aberrierenden Fische essen bereite auch andere Gerichte vor ja es bleibt mir wenig übrig Moment 5 haben wir davon wow jetzt bringt viel Geld was ist das wird dann voll gefeiert auf Na dann. Jetzt nehmen wir ihn mal den Toten Fisch, guter Fisch für die Toten gestern. Wen ist der Fisch ausgegangen? Fisch für die Fisch ausgegangen. Wir müssen uns was tun haben. Da mache ich das mal. Das ist eigentlich ein anderes Job. Ich sehe die Gestalten mit Kapuzen sind gegangen. Mal sehen, du hast keine Anämole in den Rest heute. Diese Gestalten mit Kapuzen, sie essen als ob sie seit Tagen Hunger haben. Vielleicht haben sie das ja. Wie dem auch sei, bitte macht an Tagen mit rotem Nebel weiter so. Ach, wenn ein Besuch der Gestalten mit Kapuzen unpassend ist, ruf mich an. Ich werde ihnen ein anderes Restaurant empfehlen. Speichere meine Nummer ab. So, jetzt haben wir auch wieder normale Tage. Inzwischen. Mega viel Umsatz. Eigentlich relativ wenig dafür, wie viel das kostet. Wir müssen uns mal zwei Stück machen. Oh je. Jetzt wird wieder sonnig. Was sagt der Wetterbericht? Erstmal ein paar Tage sonnig. Ich muss noch mal drauf gucken, ob der Wetter abdrascht. Ich bin es aber schon. Das ist natürlich noch nicht möglich. Tja. Ich würde mal durchskippen. Dann den... Am mindestens einen Tag noch machen. Bridge Style. Was würde ich denn jetzt? Die Zweigstellen würde ich mal verwalten. Das ist das Personal. Das ist kein Personal. Müssen wir das mal leveln. Trink. Manage uns zu leveln. Manage uns zu leveln. Jetzt noch für leveln 7. Zutaten. Was haben wir denn hier für Zutaten? Was haben wir denn hier für Zutaten? Ich muss irgendwie gleich viel machen. Haltwegz. Preis. Und nicht verkaufen. Der Preis. Nicht verkaufen. Das war's für heute. Es ist aber so kauft. Ja. ja Nur noch mal ein Gericht hervorschen. Gerade hat er fast nur einen Schluck getrunken. Jetzt kommen wir kurz zu Sushi 2. Hm, damit hätte ich hier kein Manöver. Tja, eine alten Zweigstelle. Kann man mir wirklich bedient. Soll mir im Endeffekt eine Schnucke sein. Können wir noch ein bisschen Training machen. Mit der 10 Koffe. Dafür rechts nicht mehr. Kann sie füttern. Wenn man noch gewöhnlich ist. Na dann. Ich sehe sie noch nicht. Aber ihr könnt das. Wenn ihr das spielen wollt. Könnt das bevor ihr mit Dave anfängt. Am besten macht das später. Weil die Fische sind ein bisschen fortgefahren. Vorgeschritten. Dort hinten. Macht das schon am besten am Ende. Aber theoretisch kann man es am Anfang. Da runterladen. Und dann läuft es halt einfach im Hintergrund. Da gibt es ein paar neblige Teile. Wo man dann. Einfach dorthin. Hinten hinschwimmen kann. Und für die nebligen Gestalten. Kapuzen Gestalten. Mal ein bisschen was. Ankern. Wir bringen nämlich viel Geld ein. Das ist ein. Wenn man es wirklich im Laufenspiel ist. Die Story und so weiter macht. Und wirklich was bringen kann. Ja. Es gibt hier ein paar Verluste. Und das jetzt gibt man. Aber die anderen Tage. Bin dafür. Genügt ein. Macht's ja jetzt wieder mit. Macht's ja jetzt wieder mit. Was sagt das Wetter? Stürmisch. Na am stürmischen Punkt. Glaub ich dann wieder. Ein niedriger Tag. Wenn es wieder so ist wie jetzt. Geht noch ein. Ein G7 Tag machen. Den Sonnen Tag können wir es geben. Und die haben wir schon. Im Stream genug gemacht. Das wäre ja schon übrig. Und das Feld können wir auch mal wieder besunken. Ja es gibt immer ein bisschen. Und wir gehen da richtig bankrutt. 9.12. Schwimmtag. Ach. Ich habe fast weh. Das ist ja das Stürmisch noch nicht. Macht jetzt was was man eigentlich nie machen sollte. Aber Schwimmtag habe ich glaube ich eh nicht. Oh ich habe Minus. Ich habe tatsächlich bankrutt. Ähm. Müssen wir wieder einarbeiten. Müssen wir wieder einarbeiten. Müssen wir wieder einarbeiten. Müssen wir dann wieder aufs Plus kommen. Ob er kein Nährstoff mehr hat. Haha. Hier wächst nichts mehr. Hier wächst nur Unkraut. So lange ich nicht drüber komme zu kommen. Das ist verdurzt hier. Ja. 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 Ich gehe jetzt mal ein Verbrechen. Die Party sausen lassen. Ähm. Ich sehe wo sie das nur rum. Was geht denn? Wollen wir mal schauen wo das Geld wieder rein kriegen. Ja. 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 Geht immer noch blau. Ja, dichter Nebel. 12.12. Also eher der 6 Tage oder wie. Ja, was willst du? Das Spielstand ist eh im Epidode. Da ist es drum. Das ist wenig ein PSC, als ein Bonusinhalt, das man jetzt einfach am besten während, also jetzt dadurch zu skippen ist halt ein bisschen sinnlos. Da macht man halt die Verlust hinzu. Macht das am besten das Spiel, wenn ihr das vielleicht durchspielen wollt. Endet das nach der Story im Mappy-Doo-Game, um das ohne zu skippen. Oder während das Spiel entfahren anfangen mit zu installieren. Bisschen ab und zu mal quetsch. Spaß haben. So, wie es hier ist. Kann man sich das hier gar nicht leisten. Ja, Bubi. Ich gucke. Ich habe eine gucken-Party. Nee. Frag nicht. Das ist 2.000. Wahrscheinlich nicht nur 3.000 irgendwas. Müssen wir mal wieder. Müssen wir erstmal reinkriegen. Das geht so auf 0, kommt man mit dem. Ein ordentlicher Tag. Bei der Plötzsch-Geschichte. Da kriegt man schon einiges ein. Wenn man nicht nur 1,5 Stunden mehr, mehrere Sachen da noch fängt, kann das schon durch profitabel werden. Versuchen wir es mal. Schauen wir ob da, ob da wieder auf 0 kommt. Ob das was ziehen wollte. Das wird bis zum Abend durchgesiebt. Das ist ein Belog, was Freunde heißt. Das wird keine Freunde mehr. Nicht hier so viel. Du musst noch mal. So. 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 Ich bin hier. Ich bin hier. Wir sind auf Blasen. Maschinenbauzeit noch Schichterstoffel Das kann nicht so gut Ja, wir können ja auch bei zwischen den Tagen die Diamantringen die wir gewohnt haben, die Diamantringen die wir gewohnt haben. Können wir ja auch bei hier auch verkaufen und damit den Verrüstung auch gut machen. Glitzgranaten werfen. Sachen füllen wir hier. So, mal spannender ausprobieren. Da wird was drin gerillt. Silbezahnkabel hier. Spannend. Vielleicht die nächste Offen. Und mit Zappungspitzen. Groteske Manchweg. Diesmal schauen wir mal, dass wir nicht drauf gehen. Möglichkeit. Okay, jetzt. Können wir mal 3 hinfangen. Ja. 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 Das ist nicht schön Ach du Scheiße Drei Kumpfiger Fisch Drei Kumpfiger Kamei auch Drei Kumpfiger Kamei auch Drei Kumpfiger Kamei auch Der wird so gegrüß Das war fast zu. So wenig. Soll ich dich ersetzen, um eine wichtige Waffe zu machen? Verdammt. Das ist noch ein Schwachgeruch. Wir grünen uns selbst immer falsch. Totkopf kommt. Aua, zacken Barsch. Jetzt können wir die wieder hier mit abschlachten. Aal. Toter Aal. Ach Scheiße, der liegt ja noch. Da hat er ihn geschossen. Stachel Aal. Eee, ich schlafe nicht ohne. Dich nicht. Aufstiegsstationen zu gewünscht und Katzenfutter. Zeh, dann ist auch nicht schlecht. Oh, du bist so schön. Ich glaube, wir stappeln alle. Oh, du bist so schön. Ja, umso schieß. Wir sind ja schon tot. Oh, du bist so schön. Fast. Oh, du bist so schön. Ich bringe momentan etwas mit. Kumpfkranz. Inzwischen sage ich das mit Absicht. Ja komm, die Stacheln rein. Oh, wir sind zurück. Naja, passt zu. Ich bin nicht nur noch. Oh oh. Hm, kriege ich noch. Oh oh. Dieser Böse. Wurz, Alter. Wurz, Alter. Wurz, Alter. Wurz, Alter. Wurz, Alter. Oh oh. Oh oh. Oh, kommentar habe ich mir. Hier haben wir einen Platz. Oh oh. Ich knackle. Sehr schön. Jetzt hier. Mal rausgedutzt. Das ist ein erfolgreicher Verkauf. Ich würde es dir einbringen. Linus dreht aber das nächste Mal. Warte kurz, Cobra. Oh, Job geht nicht. Mist. Jetzt können wir die Karte richtig voll machen. Jetzt können wir die Karte richtig voll machen. Mal unten noch mal für die Wie weniger zahlen. Menschliche Kundschaft. vielleicht nicht klug so viel davon zu machen aber was soll es sind die meisten zahlen es kostet viel ich habe jetzt noch mal ein bisschen Bier der einzige Smoothies machen kann aber egal es gibt noch ein bisschen Verlust na komm ach nö manch den hatten wir doch mit der Tablette in der Hand ich sehe die Gestalten mit Kapuzen sind gegangen mal sehen du hast eine Moline Raster ich kaufe sie wie ich versprochen lass mich ausrechnen 60 das ist 60 Gold wert hier bitte die Gestalten mit Kapuzen werden beim nächsten roten Nebel wieder kommen versichere dich dass du eine Moline hast um mich bei Laune zu halten und was wir noch sind bei Laune zu halten willst du dann Aufstand oh das hat sich ja gelohnt ein Zweigsteller können wir vergessen da sind wir wieder im Bruss das kann man aus der Aussagen wissen also aus minus 3800 zu 3000 und plus ja das kann man hier noch verkaufen das kann man hier noch verkaufen wow 30.000 und das das also kann man nicht mehr kommen hier können wir unsere Mitarbeiter auf Maxl bringen das es bringt jetzt eher weniger ein Diamant das ist das 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 ist das das ich glaube so viel hat ich das ganze Spiel nicht. Es ist noch ein Ziel, wenn man das während des Hauptspiels Erstmal trainieren wir. Ich komme zuerst. Und drängen wir die jetzt auch. Jetzt wird man dich immer höher. Stufe zu Stufe. 5.000 wird er jetzt schon kurz. Jetzt haben wir nur 2.000. Training können wir es nicht mehr leisten. Stufe 12 ist schon... Das kostet schon eine Menge. Katze füttern. Süßes Katzenbaby. Und das ist schon 3.000. Sehr gut. Und das ist schon 3.000. Sehr gut. Flönerisch. Besonders stöflich. Nächste ist dann wahrscheinlich mit 6 Tagen mal so rumgehen. Das Gurken Event können wir noch machen. Einen Tag. Ne, wir haben ja keine, glaube ich. So, irgendwo nach oben auf Vorrat haben. Das Feld haben wir ja so ein bisschen verkommen lassen. Ein Hei. Ist jetzt nicht ganz so spannend wie bei der Deutsch-Geschichte, aber ich gehe trotzdem drauf. Und die anderen überleben es. Wie ich da nicht. Vielleicht zu. Nachlässig bin ich jetzt besser, weil ich den einfach... Ich habe auch nichts gefangen. Das bringt's. So viel dazu. Da war ich konzentrierter bei den... Bei der Deutsch-Geschichte. Paidfrüchte sind erntet bereits, dann schauen wir mal danach. 7 Krot natürlich mal wieder Jetzt muss das hier mal wieder gut machen, dass ich es so vernachlässigt habe, dass man jedes Mal einen Kraut erbt. Ich glaube er verpauft. Gunkensau. Ich muss mir noch ein bisschen Gunken anbauen. Ich bin wahrscheinlich nicht fertig bis zum Gunken bist. Mal schauen. Die sind doch wieder aufs Boot gekommen. Da ist doch noch ein bisschen. Ah ja. Ich habe den Kordel nicht rausgeworden. Okay, das gibt es. Und die Zimmer steckt deinen Darm. Wie sieht es bei der Farm aus? So müsste man es eigentlich machen, bringen wir es hier hin. Einen Tag später, ganz recht nicht bis zum guten Fest. Was haben wir denn hier schon noch? Ich habe ein kurzes Menü. Ein bisschen was hätten wir schon. Ein, 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 ein. Sieht ziemlich gut aus. Die Tauern gibt jetzt auch nichts. Einen guten Tag. Was sagt die Farm? Wahrscheinlich noch nichts. Sieht hier hin. Dann lassen wir es mal anziehen. Schauen wir uns das Desaster nochmal an. Können wir nicht mal vergleichen. Es ist ein schlechtes Fest überwiegen. Schauen wir uns mal anziehen. Dredge stings. Power speed. Hier noch P-Klammer. Wie ist es in der Gurkenspeil gerade? Das ist eine Gurkenspeil weg. Das ist die Schwenker da noch. So ein Blitz. Das ist die Schwenker, die Schwenker sind. Und das ist die Schwenker. Dann ist es die Schwenker. Ich habe mir gedacht, dass ich es auch nicht probiere. Ich habe mir gedacht, dass ich es nicht probiere. Das macht man so. Das ist die Schwenker. Ich habe keine Zutaten in die Zeitstrahl. Ha, der hat schon zu früh. Keine Gäste mehr. Ich habe keine Zutaten in die Zeitstrahl. So sieht ein Erfolgreicher Abend aus. Egal, da am 12. und 12. war das. So, ein Erfolgreiches ist schon ähnlich. Ein Erfolgreiches Festival hast. Dein Erfolgreicher Abend ist auch annähernd so gut. Die 76. 67. Wir könnten es noch bis Weihnachten machen. Aber es ist noch kein nebliger Tag in Sicht. Gut. Würde ich aber mal sagen. Ja, jetzt sind die Gurken ernstbar. Ja, ja toll. Ein Mini-Spiel können wir noch spielen. Und Space Diver. Das kriegst du, wenn du die Story abgeschlossen hast. Dann kommt sie das bei den... Ich werde die Credits nochmal zeigen. Die Credits des Spiels. Ja, fantastisch. Sobald du mit der Story durchsinnend bist. Außer diesen Traum. Ich glaube die Credits. Das ist einmal... ... im Weltraum. ... im Weltraum. Ich bin ein Blick auf. Oh, sie ist ein Ding. So muss man Credits machen beim Videospielen. Ich weiß, dass Schriftdruck schwarz im Hintergrund so richtig geklärt ist. Ich glaube bei ... Wie ist das Spiel ... Chicken ... Das 1, 2 Spiele, das Obso und diese Obso und Schriftdruck ist. Ich wollte das Ding haben, das man da ... Der Finti takes es ... Die Formulare der Entwickler ausfüllen. Leben lassen oder tot machen. So tot für mich ... ... oder Leben lassen ... Der Finti kriegst du bei ... Der Finti takes es auch an Hachipan zu ... Zwölfen Weg nur noch. Wir müssen den Weg aufdoppen. Der Entwickler ... Der Direktor ist ziemlich ... ziemlich zäh. Das AIM ... Darum muss ich nicht hinfahren. Jetzt will ich auch, dass der Gegengesigner ... Der Gegengesigner ... Ich bin auf den ... ... oder ... ... der Reihe ... ... Oh Nein ... Ich habe 5 übrig gelassen. Nein, da sind die fünf Mannanwender, das sind wieder so was. Weird. Ja, warum es heute ein bisschen kürzer ist, das Dream? Jetzt noch einen dritten Tag abzuwarten, ist ein bisschen, naja. Ich weiß nicht, ich würde mal sagen, wir sprechen. Wir gehen zum Titel. Wir haben am Sonntag, ich glaube es ist der Sonntag. Wir haben in Silvester ein ganz langes Spiel. Können wir heute mal ein bisschen kürzer machen. Wir sind am Freitag auch wieder zu Regen Batman 2. Heute mal ein bisschen nach den Weihnachtsfeiern ein bisschen kürzer. War ja da der Stream um das DSC ein bisschen zu zeigen, beziehungsweise der Zusatzinhalt mal ein bisschen zu darzustellen. Ja, damit war es das dann auch mit Dave the Diver auf Twitch. Im nächsten Jahr gibt es ein neues Projekt anstelle von Dave the Diver. Da spielen wir heute mit meinem Stream Projektweiser. Ja, da habe ich auch schon was Großartiges im Plan. Ja, danke fürs Zuschauen. Da habe ich nach oben auf YouTube. Soll es euch gefallen haben. Wenn das ein Abo da neu seid. Ich hoffe, die werden Kommentare schreiben, wie es euch gefallen hat. Und ja, bis zur nächsten Stream-Aufzeichnung auf YouTube. Ciao, ciao. Und auf Twitch machen wir jetzt auch Ende. Ich kriege ein Endcard. Dann wehren wir noch mal hin. Und dann sehen wir uns, wie schon gesagt, am Freitag wieder. So ist der Plan. Ab den Endcard. Ab den Weg jetzt.